Hier sehen wir in Frankfurt am Main Menachem Mendel, Ben Avroh Modra Yalevi Schreiber. Er war ein Soferer Stamm, also der hat geschrieben, Sefer Torat, Philin, Mesuzot, 40 Jahre. Seine Schreiben waren hübsch und schön und er hat Gott geehrt von seinem Hals in seine eingenehme Stimme. Er ist gestorben am 25. Jahr und in Rosh Chodesh, aber es ist schön, dass er war 40 Jahre Soferer Stamm. Er hat geschrieben, Sefer Torat und seine Familie ist auch Schreiber und auch den Namen Menachem Mendel. Normalerweise das ist von chesidischer Herkunft und das ist sehr interessant.